Was ist das, was wir von der Evolution zu wissen haben? Warum überhaupt diese Frage? Warum überhaupt diese Aufregung um das Thema? Wir leben in einer Demokratie. Bei uns herrscht Meinungs- und Glaubensfreiheit. Es darf jeder glauben, denken, meinen, sagen, was er will, solange es nicht irgendwie etwas ist, was aggressiv ist, was anderen Menschen schaden kann. Und deswegen möge auch jeder an die fädischen Schriften glauben, an das, was im Puppel Wuch steht, in der Bibel, im Koran, wo auch immer. Und das ist gut so. Ich wiederhole, das ist gut so. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer pluralistischen und freiheitlichen Gesellschaft. Allerdings, eine Demokratie kann nur dann funktionieren, wenn die breite Mehrheit der Bürger nicht glaubt, dass es eine jüdische Weltverschwörung zur, was weiß ich, gibt. Dass 9-11 ein Inside-Job ist, dass es eine Handelsverschwörung gibt, dass ich weiß nicht was, keine Ahnung. Und eine Wissens- und Industriegesellschaft, eine Bildungsgesellschaft, die wir nun mal sind, noch sind, kann nur funktionieren, wenn die breite Mehrheit eben nicht glaubt, Klimawandel ist, das haben irgendwelche Politiker unter sich abgemacht, Evolution ist eine Erfindung und es ist nie Mensch auf dem Mond gewesen, Gentechnik ist etwas ganz furchtbar Böses, die sind schon längst dabei, irgendwelche Kampfmenschen zu entwickeln. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, gegen jede Art von Verschwörungstheorien argumentativ anzugehen, denn sie sägen letztendlich an der Basis unserer Gesellschaft. Ich werde ein bisschen was über eine Befragung erzählen, die ich durchgeführt habe, bei weitem nicht so schön systematisch, wie Kollege Graf das tut, aber ich habe mir den Spaß mal gemacht, das nachzufragen bei uns. Ich werde dann ein bisschen über Wissenschaftstheorie sprechen und ein paar Beispiele anfügen. Das heißt, Sie merken also, es geht jetzt primär gar nicht um das Thema Evolutionswissenschaft, sondern um Wissenschaftstheorie. Das ist die Wissenschaft von der Wissenschaft. Was zeichnet empirische Wissenschaft aus? Wenn Sie mal sich die Zeit nehmen und googeln, was Kreationisten sagen zur Sintflut, also woher kamen Milliarden Kubikkilometer Wasser, wo sind die hinversickert, wie kann es sein, dass Fische überhaupt überleben, denn das, was regnet, ist ja Süßwasser, was versickert ist Salzwasser. Wie überleben die Pflanzen das? Sie finden hunderte von teilweise einander widersprechenden Erklärungen dafür und die sind alles aus dem Ärmel geschüttelt. Nur wenn Sie damit konfrontiert werden, dann sind Sie immer wieder im Zwang begründen zu müssen, dass das eigentlich nicht sein kann. Da kommt wieder ein Ja, aber es könnte doch. Das ist eine Taktik, gegen die man sich nicht wehren kann, wenn man nicht ein bisschen versteht, wie Wissenschaft funktioniert. Und darüber würde ich sprechen. Das waren also meine Fragen. Wie würden Sie Naturwissenschaft definieren und vor allen Dingen im Vergleich zu Mathematik oder Gesellschafts- und Geisteswissenschaft? Wie arbeitet man naturwissenschaftlich? Welche Methodologie wird verwendet? Und schließlich, was heißt es, wenn ich sage, irgendetwas ist wissenschaftlich bewiesen? Das habe ich meine Studierenden gefragt, das habe ich Laien gefragt und das habe ich Kollegen gefragt. Bei Laien kommen also alle möglichen und unmöglichen Antworten. In Schwarz sehen Sie Dinge, die man schon irgendwo nachvollziehen kann. Rot habe ich hier das dargestellt, was Fehlkonzepte sind. Naturwissenschaft ist das, was sinnlich erfahrbar ist. Naja, ich meine Röntgenstrahlung können Sie nicht sinnlich erfahren und wenn, dann ist es zu spät. In der Methodologie gäbe es keine Subjektivität. Es wird immer so schön gesagt, die Daten sprechen für sich. Nein, Daten sprechen gar nicht. Daten sind Daten. Sie müssen Daten interpretieren auf dem Boden im Licht einer Theorie. Die sprechen nicht. Und ein Beweis ist dann erbracht, wenn etwas zweifelsfrei gezeigt ist, bis eine Falschheit nachgewiesen wurde und einer sagt sogar, bis die Fälschung nachgewiesen wurde. Na gut. Das hier ist das Ergebnis der Befragung meiner Studierenden. Molekulare Biologie, eine Naturwissenschaft. Ich habe jetzt mal nur rausgeschrieben, was Fehlkonzepte sind. Also ganz viele Aspekte, die richtig waren oder die vernünftig und durchdacht waren, die habe ich jetzt einfach mal weggelassen. Ich möchte nur hiermit vor Augen führen, welche Art von Fehlvorstellungen kursieren. Also Naturwissenschaft ist objektiv. Und ein anderer sagt, dann ist doch sowieso alles relativ. Das ist doch eh wurscht. Mathematik sei in Naturwissenschaft und einer sagt, Analyse ist Naturwissenschaft. Wo ist denn das Problem? Fakten zählen. Ferti ab. Das heißt, das ist so ein großes Konglomerat aus allen möglichen Schlagworten, die natürlich, natürlich nicht durchdacht sind. Natürlich nicht. Wobei, ich will jetzt nicht hochfertig und arrogant wirken. Also ich war selber schon promoviert und fest in der Forschung drin und habe dann irgendwann mal mit Theologen gesprochen und da ging es dann um das Thema Menschenrechte und ich weiß nicht was. Und dann sagt er, ja, meine Argumentation war gewesen, als Menschenrecht kann man unter anderem definieren, das, was in unserer Natur niedergelegt ist, das, was wir zum Überleben brauchen, um menschenwürdig existieren zu können. Also, ich muss die Freiheit haben, mich bewegen zu können, einen Familie gründen, meine Nachkommen verteidigen zu dürfen. Sie merken schon, das war alles so ein bisschen verschwurbelt. Und dann sagt er, naja, gut. Also, wenn du das so formulierst, dann musst du aber die Prämisse formulieren, es ist gut, dass der Mensch nach seiner Natur lebe. Ich habe gesagt, weißt du was, wenn wir darüber diskutieren, dann diskutier du, ich gehe ein Bier trinken, ist doch logisch. Nein, ist es nicht. Man muss Prämissen offenlegen, man muss sie formulieren. Das war auch für mich ein sehr, sehr langer Denkprozess und Lernprozess, eine philosophische Sicht auf die Wirklichkeit zu akzeptieren, vor allen Dingen auch als vernünftig zu akzeptieren. Da werden Fragen gestellt und Systematiken durchdacht, auf die man als Naturwissenschaft einfach nicht kommt. Gut, also wie gesagt, das ist nicht so von oben runter gemeint jetzt. Ich habe das, was die Kollegen dann gesagt haben, habe ich nicht mehr abgebildet. Warum? Also, Fehlvorstellungen dieser Art gab es dort nicht mehr. Allerdings waren auch die nicht in der Lage, systematisch zu erklären, was Naturwissenschaft ist. So, und hier kommen wir jetzt zu dem, was der Laie sagt und insbesondere jemand, der kreationistisch argumentiert, der sagt, naja, Evolution ist nicht reproduzierbar, nicht? Und wir wissen doch alles, was Naturwissenschaft und Technik ist, das hängt am Experiment. Also kann das nicht naturwissenschaftlich sein, denn ich brauche das Experiment, ich brauche die Reproduzierbarkeit und ansonsten kann ich nicht von einer Naturwissenschaft reden. Außerdem, ich kann es auch nicht beobachten, damals war keiner dabei. Ein weiteres oft gehörtes Argument ist, hier ist der Zufall am Werk. Ich kann auch nicht irgendwie naturwissenschaftlich berechnen, was passiert, wenn ich einen Würfel würfle. Das geht vielleicht, wenn ich den Eimer kippe und ansonsten nicht. Das heißt, wenn ich solche Prozesse habe, dann sind die irgendwie chaotisch. Das kann alles so sein, das kann nicht so sein. Da könnte ein Einfluss hinter sein, an den ich dann glaube, da könnte einer nicht sein. Das kann ich alles nicht beweisen. Das heißt also, ich habe alles nur so Storytelling. Das sind Storys, die ich erzähle, die so sein können oder nicht sein können. Und dann halte ich halt eben meine Story der Genesis dagegen. Die ist nicht besser und nicht schlechter als das, was Evolutionstheorie erzählt. Dann kommen auch manchmal solche Argumente, Legionen, von denen ich hier nur eines jetzt zitiert habe. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, soll verstoßen gegen Evolution, denn der zweite Hauptsatz sagt ja, es wird alles immer nur unordentliche, Ordnung kann nicht entstehen. Von selber schon mal gar nicht, also kann Evolution nicht funktionieren. Da gehe ich nicht näher darauf ein in meinem Vortrag, denn das ist ein Argument einer anderen Klasse. Das ist einfach ein Fehler, es ist falsch. Der zweite Hauptsatz sagt das nicht, der sagt was anderes. Das heißt, da müsste man dann physikalisch argumentieren. Für die anderen Argumente muss man wissenschaftstheoretisch argumentieren. Und damit komme ich jetzt zum zweiten Teil, nämlich, was ist empirische Wissenschaft? Erstens setzen wir voraus als Naturwissenschaftler, dass es eine Realität gibt, die prinzipiell fassbar ist. Das kann man auch wieder sagen, das ist banal. Eigentlich ist es das nicht. Die meisten von Ihnen werden den Film Die Matrix kennen. Wenn wir tatsächlich in einer Matrix leben würden, dann könnten wir das nicht bemerken. Wenn diese Matrix vernünftig programmiert ist, da macht keiner Programmierfehler und jetzt macht es auf einmal Schnipp und steht einer hier, dann merke ich das nicht. Das ist übrigens eine sehr interessante Frage, sich zu überlegen, welche Art von Naturwissenschaft man in einer Matrix betreiben könnte. Das ging nämlich auch. Aber gut, das sei jetzt hier nur angedeutet. Also, wir stehen auf dem Boden eines skeptischen Realismus. Wir gehen davon aus, dass es eine Welt gibt, dass wir einen gewissen Zugriff auf sie haben. Aber wir sind, was diesen Zugriff anbetrifft, immer skeptisch. Wir alle können die Farbe braun sehen, da können wir uns darauf einigen. Physikalisch existiert diese Farbe nicht. Also, wir sollten bei dem, was wir wahrnehmen, gewaltig aufpassen. Cum granusalis, immer mit einem Körnchen Salz, also immer mit dem nötigen Skeptizismus dahinter. Und wir setzen voraus einen, ich nenne das intrinsisch-ontologischen Naturalismus. Das ist also meine Privatbezeichnung. Das werden Sie dementsprechend nicht googeln können. Was meine ich damit? Dass wir davon ausgehen, zunächst einfach nur auf Arbeitshypothese, dass in dieser Welt alles mit rechten Dingen zugeht. Sprich, mit einer nachvollziehbaren Kausalität, der wir auch folgen können. Das heißt, dass nicht irgendeine Ursache aus dem Irgendwo kommt, also aus einer supranaturalen Sphäre heraus, sondern dass wir hier innerweltliche Ursachenketten haben. Unabhängig davon, ob die jetzt vielleicht zufällige Komponenten beinhalten oder nicht. Darum geht es nicht. Warum intrinsisch? Warum lege ich so einen Wert darauf? Wir müssen als Naturwissenschaftler über Gottes Existenz oder Nicht-Existenz überhaupt keine Aussagen. Das ist gar nicht nötig. Wir, ich sage es mal in Alltagssprache, wir tun so, als ob es Götter, Geister, Dämonen nicht gibt. Oder Essenzen oder Naturtriebkräfte, die etwas wollen. Und dann schauen wir einfach mal, wie weit wir damit kommen. Und wenn wir damit zufriedenstellende Erklärungen bekommen, dann brauchen wir keine weiteren. Wenn ich weiß, wie ein Motor funktioniert, dann muss ich nicht davon ausgehen, dass in meinem Motorraum irgendwelche Kobolde sitzen, die mein Auto treiben. Das ist die Logik dahinter. Und die Art, wie wir arbeiten, ist der methodische Zirkel. Den werde ich jetzt in den nächsten Folien erläutern. Also, fassen wir nochmal kurz zusammen. Unsere empirische Methodologie entnimmt die Hypothesen der beobachtbaren Realität. In welcher Form auch immer. Also auch wenn Albert Einstein seine Relativitätstheorie mehr oder weniger konstruiert hat, er hat sie konstruiert auf dem Boden dessen, was er als Physiker gelernt hat über diese Welt. Und nicht im luftleeren Raum. Und diese Hypothesen werden an der Realität überprüft. Das heißt, die wesentlichen Merkmale müssen sein, eine Hypothese muss scheitern können. Denn überprüfen heißt ja, es muss so oder so ausgehen können. Wenn ich eine Kabellage überprüfe, ob eine Verschaltung richtig ist, dann muss es vorher möglich sein, dass entweder das Ergebnis lautet, ja, es ist richtig verkabelt oder b, es ist falsch verkabelt. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, dann brauche ich sie zu prüfen. Oder andersrum ausgedrückt, dann hat eine Prüfung überhaupt keinen Sinn. Sie ist inhaltsleer. Daraus kann man fordern, folgern und fordern, dass Hypothesen sich bewähren müssen. Wenn ich also eine Hypothese aufstelle, das heißt eine Aussage über Kausalzusammenhänge in dieser Welt, da muss es möglich sein, sie zu prüfen. Ich muss sie auch prüfen. Die Möglichkeit alleine reicht nicht. Und diese Aussage muss sich bewähren. Wenn ich sie nicht überprüft habe, dann könnte es so sein oder könnte es nicht so sein. Aber eine halbwegs objektivierbare Plausibilität erhält eine Aussage erst dann, wenn ich sie geprüft habe. Gut. Heißt letztendlich auch, empirische Wissenschaft bleibt ergebnisoffen. Auch da wird gerne eingehakt von Wissenschaftskritikern, die sagen, naja, also sowas wie Evolutionstheorie oder Relativitätstheorie, es gibt ja Relativitätskritiker, dasselbe in grün. Da darf man ja gar nicht was gegen sagen. Das ist ja, alle Welt behauptet, das bewiesen, da darf man nicht dran rütteln. Das ist gleichzeitig richtig und falsch. Richtig ist, dass diese Theorien mittlerweile so gut bewährt sind, dass es keinen vernünftigen Zweifel mehr gibt. Es gibt keinen vernünftigen Zweifel mehr daran, dass diese Welt, diese Erde, Hugelgestalt hat. Ungefähr Rotations-Ellipsoid. Aber niemand hindert mich, das zu prüfen. Und das ist Ergebnisoffenheit. Gut. Ich habe das Ganze mal in einen kleinen Sketch gefasst, in ein kleines Schaubild. Der skeptische Realismus sagt, wir gehen davon aus, es gibt eine Realität. Und diese Realität beobachten wir und wir ziehen Induktivschlüsse. Also, ich sehe diese und jene Zusammenhänge und dann glaube ich, das und das steckt dahinter. Ich formuliere eine Hypothese. Diese Hypothese muss meinen Prozess oder meinen Gegenstand in irgendeiner Weise formalisiert beschreiben. Sie können das Rationalismus, Intuitivismus, Konstruktivismus, ich bin nicht sehr glücklich von solchen Labeln, die man da drauf klebt. Sie können das so oder so nennen. Fest steht, dass das keinerlei Beweischarakter hat. Denn das, was ich mir da zusammenreime, kann richtig sein oder kann falsch sein. Der eigentliche Knackpunkt der empirischen Wissenschaft kommt jetzt. Ich muss aus dieser Hypothese etwas ableiten können. Wenn es stimmt, V gleich GT, S gleich G halbe T Quadrat, dann muss ich jetzt etwas hier fallen lassen können. Ich tue es mit meiner Uhr jetzt nicht. Und muss dann berechnen können, wann sie unten aufschlägt. Das heißt, ich muss Vorhersagen machen können, was passieren darf und was nicht passieren darf. Und das muss ich auch tun. Genauso, dass ich eine Kabellage erst dann wirklich abnehmen darf und abhaken darf, wenn sie überprüft ist. Und nicht nur, wenn sie überprüfbar ist. Das heißt also, es gibt einen Zirkel zwischen der Realität und unseren Modellen, unseren Hypothesen, in dem ich immer wieder Vorhersagen mache und die anhand weiterer Beobachtungen überprüfe. Und je häufiger ich diesen Zirkel durchlaufe, erfolgreich durchlaufe, umso eher kann ich davon ausgehen, dass meine Theorie fundiert ist und die Realität kongruent abbildet. Okay, was also fordere ich von der Theorie? Vielleicht nochmal zum Begriff, den ich hier verwende. Eine Hypothese ist für mich eine vorläufige Aussage beschränkten Umfangs und beschränkten Geltungsbereichs. Und wenn ich diesen Zyklus mehrfach durchlaufen habe und ich habe das Ganze in ein formalisiertes Gebäude eingebaut, das kohärent ist, dann nenne ich es eine Theorie. Es gibt unter Philosophen viele verschiedene Definitionen für die beiden Begriffe. Das ist die Art, wie ich diese Begriffe hier verwende. Also, eine Theorie ist ein formalisiertes Gedankengebäude, abstrahiert und sie soll widerspruchsfrei sein, im idealen Falle ganz wichtig, so muss deduktionsfähig sein. Eine Aussage wie, wenn der Hahn kräht auf Mist, ändert sich das Wetter oder ändert sich nicht, kann ich nichts ableiten. Das ist ja immer richtig. Oder wenn ich sage, in 30 Milliarden Lichtjahren Entfernung, werden wir nicht hingucken können, gibt es ein Planetensystem mit gasförmigen Wirbeltieren. Und jetzt beweist das Gegenteil. Ich kann nichts daraus ableiten. Deswegen kann ich es nicht deduzieren, deswegen kann ich es nicht überprüfen, deswegen ist es empirisch wertlos. Gut, was ist der Unterschied zu nicht-empirischen Sichtweisen? Üblicherweise fehlt die Falsifizierbarkeit. Glaubenssysteme sind üblicherweise nicht-falsifizierbar, beziehungsweise wenn sie es sind, dann entziehen sie sich der Falsifizierbarkeit durch Zusatzannahmen. Ein theologisches System im Sinne einer modernen Theologie, das behaupte ich jetzt einfach mal über Sie ohne Theologe zu sein, aber ich sage es mal als gläubiger Mensch, wenn auch als nicht-studierter Theologe, erhebt gar nicht den Anspruch, in diesem Sinne realitätsbezogene Aussagen zu machen. Ein Glaubenssystem in diesem Sinne vermittelt Orientierungswissen, vermittelt Sinnkriterien. Das haben wir ja auch eben in diesem Dialog gehört. Und keine Kriterien, die man empirisch überprüfen kann. Man kann Ethik nicht empirisch überprüfen. Das hat nichts damit zu tun, dass das eine jetzt gut oder schlecht oder das eine ist wichtig, das andere ist unwichtig. Es sind getrennte Bereiche. Empirische Wissenschaft macht Seinsaussagen und Geisteswissenschaften machen Bewertungsaussagen, Sollenaussagen. Ganz getrennte Bereiche. Gut. Okay, die Reproduzierbarkeit im Sinne einer Bewährung, im Sinne Nicht-Falsifikation ist ein Kriterium für empirische Wissenschaft und letztendlich auch der praktische Erfolg. Jetzt können Sie sich fragen, was hat Evolutionstheorie für praktischen Erfolg? Unter anderem, dass man Programme schreiben kann mit Algorithmen, die evolutionsbasiert sind. Und damit kann man Probleme lösen, die man in geschlossener Form mathematisch nicht lösen kann. Wen es interessiert, ich gehe nicht näher darauf ein, Problem des Handlungsreisenden. Das können Sie mit evolutiven Algorithmen lösen, aber nicht mit mathematischen. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja wunderschön, wenn ich Dinge untersuche, die es heute gibt. Was ist denn mit historischen Prozessen? Die Logik dahinter ist eigentlich dieselbe. Das heißt, da wo Realität steht, da schreibe ich jetzt was anderes hin, nämlich einen vergangenen Teil der Realität, der wird beobachtet. Ich ziehe meine Schlüsse, ich mache eine Hypothese und Ende schließlich bei einer Theorie. Was ist die Theorie? Eine historische Theorie ist eine Geschichte, und zwar eine Geschichte mit einer internen Logik. Ich kann eine Geschichte, die ich erzähle, nicht beliebig an alles anpassen. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Kalkriese am Wiengebirge tatsächlich der Ort der Varusschlacht ist, dann dürfen in den Hortfunden, die dort niedergelegt worden sind oder verloren gegangen sind damals, keine Münzen gefunden werden, die aus dem Jahre 10 nach Christus oder später stammen. Das heißt, ich kann aus der inneren Logik einer Geschichte Vorhersagen treffen. Nämlich, ich kann die Beobachtung in zwei Klassen einteilen, das, was möglich ist, was sein könnte, was erlaubt ist und das, was nach dieser Logik dieser Geschichte nicht sein kann. Und deswegen ist der Formalismus hier exakt derselbe. Und das gilt auch für die Evolutionstheorie. Ich beobachte etwas, sei es, dass ich kurzfristige evolutive Prozesse beobachte oder sei es, dass ich die Folgen, die Spuren langfristiger evolutiver Prozesse mir anschaue. Das Schema bleibt dasselbe und auch die Logik der Überprüfung. Eines noch zum Abschluss dieses Schemas halten wir uns immer vor Augen, das, was hier grün ist, die Realität, darauf haben wir keinen direkten Zugriff. Direkten Zugriff haben wir nur auf unsere Gedankenwelt. Und da wissen wir auch seit Freud, auch der ist etwas getrübt. Auf die Realität haben wir immer nur durch unsere sinnliche Wahrnehmung indirekten Zugriff. Deswegen skeptischer Realismus. Wir müssen immer klar sein, dass es alles gefiltert hat. Gut. Ja. Was ich Ihnen hier bis dahin erzählt habe, das ist so im Wesentlichen, im Wesentlichen das, was Thomas Kuhn und was Karl Popper gesagt haben, wobei sich Karl Popper so wesentlich eher um das Prinzip gekümmert hat. Und Thomas Kuhn war eher so an der Historie, an den historischen Prozessen dahinter interessiert. Aber im Wesentlichen ist es das. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, naja, es gibt andere Philosophen, die haben es anders gesehen. Also Paul Feierabend hat gesagt, anything goes. Und wenn anything goes geht, dann geht Kreativismus natürlich genauso. Er hat irgendwann gesagt, also Meteorologie ist genauso gut wie Regentanz und Astrologie ist genauso gut wie Wahlprognosen. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß es einer der anwesenden Philosophen besser. Soweit ich weiß, ist Paul Feierabend niemals auf dem fliegenden Teppich zu einer Konferenz geflogen. Und solange das nicht passiert, kann ich ein anything goes auch nicht wirklich ernst nehmen. Gut. Okay. Ich kann Ihnen viel erzählen. Kommen wir jetzt zum letzten Teil, nämlich zu den konkreten Beispielen. Was wären Falsifikationen einer historischen Theorie? Also ein Beispiel hatte ich Ihnen bereits genannt. Kalkriese. Beispielsweise ein Experiment, in dem ein Stein konstant schnell fällt. Da sind wir in der Physik. Ein Fund zu junger Münzen in Kalkriese, habe ich Ihnen erzählt. In präkambrischen Sedimenten ein eine Schraube oder ein technischer Gegenstand. Es gibt tatsächlich Behauptungen, dass so etwas gefunden worden sei. Wenn man die recherchiert, dann stellen die sich immer sehr schnell als Irrtümer oder als Fälschung heraus. Okay. Konkrete Beispiele kommen in den nächsten Folien. Sie können Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Taxa, also verschiedenen Gruppen von Lebewesen, anhand unterschiedlichster Methoden rekonstruieren. Also, den Klassiker kennen Sie wahrscheinlich. Man macht anatomische Vergleiche und stellt dann fest, aha, das Amnion, die Schafshaut gibt es seit dem und dem. Also Reptilien, aufwärts Amnioten. Dann haben wir ursprünglich bei den Chordatieren nur die Chorda und dann irgendwann habe ich eine Wirbelsäule, also habe ich da drüber die Wertebraten und denen gehen die Chordaten voraus und so weiter und so weiter. Wenn Sie anhand von Gensequenzen Verwandtschaften analysieren, ist das eine vollständig andere Methodologie und es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen beiden. Sie können also ohne Probleme, ohne Probleme in einer Hefe bestimmte Säuger-Gene zum Funktionieren bringen und diese Gene können die Funktion des Hefegens komplett ersetzen, wie wir sagen, komplementieren. Das heißt, es gibt gar keinen sachlichen Grund, dass diese Stammbäume übereinstimmen müssen. Das würden Sie dann und nur dann, wenn wir tatsächlich auch einen echten Stammbaum haben, der dahinter steckt. Also einen echten Verwandtschaftsbaum. Das heißt also, wenn ich nach Morphologie, Embryologie, Molekularbiologie, Paleontologie jeweils verschiedene Stammbäume rekonstruiere und die würden sich erheblich unterscheiden, wäre das für die Evolutionstheorie ein Falsifikationskriterium. Gut, ich verrate Ihnen kein Geheimnis, dass es alles passiert und diese Falsifikation hat es nicht gegeben. Nächstes Beispiel. Wenn wir Sequenzen finden, die sich in ihrer Ähnlichkeit in einem Kreis darstellen lassen, dann ist das etwas, was man als Konstrukteur ohne Probleme verifizieren kann. So etwas kann man bauen, so etwas kann man konstruieren, aber so etwas kann im Rahmen der Evolution nicht entstehen. Wenn sich Sequenzen einmal getrennt haben, dann sind sie getrennt. Und dann können sie sich nicht wieder auf anderem Weg aneinander annähern. Das geht nicht. Es wäre möglich, wenn ich Lebewesen entwerfe im Rahmen einer Schöpfung. Ich komme irgendwie auf die Idee, ich mache erst Bären, naja, und dann, keine Ahnung, rasiere ich die ein bisschen und ziehe den Hals ein bisschen lang, dann werden Giraffen draus und beim anderen ziehe ich die Nase lang, dann wird ein Elefant draus. Dann komme ich auf die Idee, ach nee, ich mache den Hals doch wieder kürzer, dann kreiere ich also immer weitere Formen, die sich dann annähern. Zum Schluss bekomme ich dann ein Nilpferd. Auch da wäre ja das durchaus denkbar, wenn ich ein Designer bin, dass ich so etwas tue. Das heißt, in der Evolution darf, kann, so etwas nicht passieren, ist also ein Testkriterium. Ja, das hier, glaube ich, spricht auch für sich, oder? Bei technischen Gegenständen ist es genau so. Das heißt, Sie finden in verschiedensten Autos, finden Sie jeweils gleiche Einspritzpumpen oder gleiche Wischblätter oder gleiche Scheibenwischmotoren. Das heißt, wenn Sie auf die Idee kämen, einen Stammbaum von Personenkraftwagen zu machen, dann würde genau das passieren. Denn Sie sind designt, aus einzelnen Stücken zusammengesetzt, die zum guten Teil frei kombiniert werden können. Und so etwas kann es in der Evolution nicht geben. Prüfkriterium. So, hier nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Jeder von Ihnen, der so kleine gefiederte Freunde hat, der kennt das, das kann man kaufen im Zoohandel. Der Schulb, das ist das Rückenstütz-Skelettelement von Sepien, also von Tintenfischen. Ist eigentlich so ein bisschen aufgebaut wie ein Knochen. Sieht zumindest so aus. Es ist ein Stückchen Skelett innerhalb des Körpers. So, wenn man jetzt den Stammbaum zurückgeht, dann haben also sowohl bei den Wirbeltieren als auch bei den Tintenfischen sämtliche Vorfahren, keiner von denen hat irgendein Innenskelett. So, entweder, ich müsste jetzt fordern, der Ursprung, ich habe jetzt mal Holtiere hingeschrieben, ja, also wer wirklich guter Taxonom ist, der verzeiht mir, dass das sehr, sehr stark vereinfacht ist. Also, dann müsste ich jetzt fordern, die hätten alle so ein Innenskelett gehabt, haben das unabhängig verloren. Ja, das ist mehr als unwahrscheinlich. Also haben es Tintenfische und Wirbeltiere unabhängig voneinander erfunden. Und ich kann vorhersagen, diese Strukturen mögen zwar vielleicht ähnlich aussehen, aber sie müssen unterschiedlich aufgebaut sein. Sie müssen aus unterschiedlichen Teilen in der Embryogenese stammen, sie müssen unterschiedlich biochemisch aussehen. Das kann ich vorhersagen, ohne einen dieser Knochen oder Schubs je untersucht zu haben. Und diese Vorhersage trifft tatsächlich zu. Es ist so. Gut. Wenn wir das jetzt auf Stammbäume anwenden, dann können wir jetzt fragen, warum sich Stammbaum-Rekonstruktionen so deutlich unterscheiden. Also, Beispiel, wir haben die theropodischen Reptilien, sprich die Saurier und die Vögel, die einander in Bezug auf bestimmte Merkmale, ich gehe nicht näher darauf ein, ähneln. Der Wissenschaftler freut sich, weil er sagt, naja, da ist also ein Entwicklungsweg, das passt ganz gut. Der Kreuzionist freut sich auch, denn er hat eine Lücke. Jetzt wird Archaeopteryx gefunden. Der Wissenschaftler freut sich sehr, denn er hat ein vermitteltes Bindeglied. Der Kreuzionist freut sich auch, denn er hat jetzt zwei Lücken. Ähm... Es kommt vielleicht witzig rüber, aber es ist so. Schauen Sie sich kreuzionistische Stammbäume an. Die haben überhaupt keine Schwierigkeiten, Dutzende von Formen aneinander zu reihen und immer Fragezeichen dazwischen. Das, was die gerne hätten, wäre ein vollständig durchlaufender Stammbau mit jeder einzelnen Generation. Und es ist klar, dass so etwas nicht möglich ist, denn die Natur ist einfach nicht so freundlich, um uns das hinterlassen zu haben. Gut. So, was kann man machen? Man kann dieses Problem umgehen. Ähm... Ne, Moment, Sekunde. Also, das Problem lösen wird man nie können. Es sind ungefähr 200.000 Arten fossil bekannt und es gibt ungefähr eine Milliarde Arten, die es je gegeben hat. Hängt so ein bisschen davon ab, wie eng oder weit man den Artenbegriff zieht, aber es ist ungefähr um eine Milliarde. Das kann man lösen durch ein Kladogramm, das jetzt auch nur als kleine Anregung an Sie, ich gehe nicht näher darauf ein. Mit dem Kladogramm kann man dieses Problem formalisieren. Das heißt, ich kann im Kladogramm eine klare Aussage und eine klare Hypothese aufstellen, ohne dass ich darauf angewiesen bin zu sagen, ob diese Zwischenform jetzt wirklich genau eine vermittelnde Form, eine Urform ist oder ein Seitenzweig. Aber wie gesagt, ich gehe nicht näher darauf ein. Gut, wenn man sich also Wirbeltier-Kladogramme anschaut, das auch bitte mal nur so ein bisschen als optischen Eindruck, können wir mittlerweile sehr genau sagen, wann zu welchem Zeitpunkt oder in welchen Zeitabschnitten Neuerungen aufgetreten sind. Was Sie hier in Rot sehen, sind jeweils evolutive Neuerungen, die man sehr genau mittlerweile in unserer Vorgeschichte, unserer Vorfahren verorten kann. Gut. Hier mal ein Beispiel von einem kreationistischen Stammbaum. Sie sehen dasselbe in grün. Erzählen Sie mal die Fragezeichen. Ich weiß nicht, es sind 20 oder 25. Der Trick ist halt eben, immer zwei Formen zu nehmen, die bekannt sind, Fragezeichen dazwischen zu setzen. Ja, dieses Spielchen kann man treiben ad infinitum. Hier gibt es noch eine interessante Geschichte. Sie sehen hier diese fünf Rauten. Das sind Lebewesen mit einem Brustbeinkiel. Das heißt also, hier ist eine Erweiterung vorne am Brustbein, an der eine Schlagmuskulatur befestigt ist. Das haben Sie bei allen bei allen Fliegenden und bei manchen grabenden Tieren. Und jetzt hatte ich Ihnen ja gerade gesagt, dass solche Entwicklungen einmalig sein müssen. Was also ist jetzt der Unterschied zwischen solchen unverwechsbaren Mustern und solchen Mustern, die vielleicht dann doch parallel entstehen? Antwort. Wenn Sie den Knochen sich anschauen, gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Aspekten, die alle miteinander nichts zu tun haben. Und diese Kombination der verschiedenen Parameter macht den Knochen als Knochen einmalig. Calciumapathet entsteht aus einer Vorform Knorpel, Chondroblasten, und so weiter. Bei all den Lebewesen, die ein Brustbeinkiel haben, sämtliche Vorfahren hatten schon das Brustbein und hatten schon diese Muskulatur, die diese Bewegung macht. Das war alles schon vorhanden. Das heißt, wenn sich das Ganze vergrößert, gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich das, was schon da ist, nach vorne zu vergrößern. Das heißt, hier ist es kein Wunder, dass wir sogenannte Konvergenzen, Parallelentwicklungen haben. Und es ist unter anderem einer der Jobs der Evolutionsbiologie, solche Sachen vernünftig und systematisch auseinander zu klamüsern. Okay, noch etwas zum Thema Vorhersagbarkeit. Sie sehen hier verschiedene Arten von Extremitäten, die zu ganz unterschiedlichen Zwecken dienen. Kein Konstrukteur käme auf die Idee, eine Grabeschaufel, eine Laufextremität, eine Flugextremität, eine Schwimmextremität nach demselben Muster zu bauen. Das heißt, hier ist es etwas, was wir beobachten können, was mit der Evolutionstheorie fantastisch vereinbar ist, was den Vorhersagen entspricht. Machen Sie sich bitte klar, es hat nie einen Oberfisch gegeben, der eine Konferenz aller Fische einberufen hat und gesagt hat, Leute, wir müssen den Laden jetzt mal für 1000 Jahre dicht machen, wir müssen Lungen entwickeln, weil das Wasser wird zu schlecht, wir haben zu wenig Sauerstoff, wir müssen uns was einfallen lassen. So funktioniert nicht. Günther Oscher hat gesagt, Lebewesen können nicht wegen Umbau schließen. Und das ist der Zusammenhang, der hinter diesen sogenannten Homologien steckt, die wir noch erkennen können. Sie sehen, dass es auch ganz anders geht. Unten drunter haben Sie entsprechende Extremitäten von Insekten. Da haben wir ähnliche Formen, aber auch die können ja aus ihrer Haut nicht raus. Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut, manchmal schon, das nennt man Häutung. Okay, ein letztes Beispiel. Es gibt einige Gruppen, einige Taxa, die nicht in der Lage sind, Vitamin C zu synthetisieren. Sie haben diese Fähigkeit verloren. Wir gehören mit dazu. So, wenn wir jetzt wieder im Stammbaum schauen und würde man sagen, okay, die Primaten, die sind alle betroffen, vermutlich hat es ganz am Anfang einer verloren und nicht irgendwie per Verabredung vor tausend Jahren alle, wie sie da sind. Ja, der Oberprimat hat allen gesagt, Leute, ihr braucht kein Vitamin C mehr, können wir fressen, könnt ihr wegwerfen, das gehen. Ja, wahrscheinlich ist es so, oder die vernünftigste Erklärung ist, einer in der Reihe der Urprimaten hat es verloren und alle anderen nachkommen danach auch. Ja, aber offensichtlich Meerschweinchen und Fledertiere, die brauchen es auch nicht, aber alle anderen Verwandtschaftsgruppen dazwischen. Also würde ich vorhersagen, es hat drei unabhängige Verlustereignisse gegeben und das muss sich im Genom widerspiegeln. Wenn wir jetzt uns die verschiedenen Genome anschauen, Sie sehen oben in Grau angedeutet die Konsensussequenz, die Ursequenz der entsprechenden Synthetase, dann sehen Sie in Rot verschiedene Veränderungen. Viele Veränderungen sind punktuell und haben mehr oder weniger keinen Einfluss oder nur einen kleinen Einfluss. Andere sind groß, nämlich diese großen roten Balken sind Deletion, da sind Teile des Gens verloren gegangen, das Gen wurde funktionslos. Ich kann vorhersagen, dass es ein gemeinsames Muster bei den Primaten geben muss, das sehen wir und dass diese Verlustmuster bei den anderen unterschiedlich sein müssen. Also das ist auch ein Beispiel dafür, dass ich etwas vorhersagen kann, was ich nachher überprüfen kann. Gut, wir kommen zum Fazit. Ich fasse zusammen. Die Evolution ist ein realer, natürlicher Vorgang und dessen angemessene, korrekte, wissenschaftliche Beschreibung sind evolutionstheoretische Modelle und ich hoffe Ihnen, das ein bisschen nahe gebracht zu haben, nicht auf evolutionsbiologischer, sondern eher auf wissenschaftstheoretischer Grundlage. Evolutionskritiker konnten bisher keine prüfbaren Fakten und Belege vorbringen, dementsprechend gibt es keine wissenschaftliche Evolutionskritik. Hans Mohr, der Pflanzenphysiologe aus Freiburg, hat das mal in die Worte gefasst, es gibt eine Unzahl von Belegen, die für Evolution sprechen und mit einem Evolutionsprozess vereinbar sind und keinen einzigen, der in nachprüfbarer Art und Weise dagegen spricht. Das heißt also, die Interpretationen unserer Beobachtungen auf dem Boden der Evolutionstheorie sind konsistent und in einem Schöpfungsszenario, wenn wir Schöpfung wie gesagt jetzt begreifen als Welterklärung, sind sie willkürlich. Schöpfungsmythen und so weiter, in all diesen Ideen ist keine empirisch fassbare reale Faktizität, mehr kann und will ich als ein Naturwissenschaftler dazu nicht sagen, denn was den Sinn und den Nutzen und den Gehalt solcher Ideensysteme betrifft, bin ich als Naturwissenschaftler schlicht und einfach nicht zuständig und inkompetent. Ich danke Ihnen. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.